Mach zweiter Druck vorne, ich hau hinten gleich Verstärkung drauf. George, Mike, Gamescap. Verstärkung kommt gleich im 5. Kannst du denn mal den Panzer durchgehen auf Abelmarker an dem Haus, da sind 4-5 Banditen. Scheiße, ich kann nicht verstärken. Mir fehlt ein M-Power. So, jetzt Verstärknis drauf, aber wir müssen ins Cap am Hochposten. Wir geben ins Cap. Jawohl, wird verteidigt. Und die, die vorne sind jetzt, mach Charackel da. Wenn man so nachhinein so die Videos guckt. Im Panzer hast du keine Chance, diese kleinen Erdferkelchen zu sehen. Keine Chance. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Stoppel-Hopser hinter dir, hinter deinem Panzer. Wenn die so nah am Panzer sind, bis die Kante sich gedreht hat und so, bist du schon weg. Ein Strahlstein bringt auch nichts, der pumpt dich gleich nieder. Sehr schön verteidigt, gut gemacht, George, Mike. Fiese Blitzkrieg, Alter. Ey, fiese, fiese, fiese Kampfsau hat letzte Runde ein Team gehabt, alte Scheiße, die ich nicht gehört habe. Niemand hat da gehört. Randoms sind an die ARTI ran, haben ein Bild rumgeballert, Teamkills und Scheiße. Und vorne habe ich gesagt, jetzt bleiben alle vorne, alle verteilen sich. Nein, nicht auf Purple Heart Lane verteilen, bitte nicht, bitte. Das könnt ihr auf Elise machen, weißt du. Aber hier nicht, hier geht es nicht. Und ja, wie auch immer. Und das ist dann eben, wo man da noch sagt. Sowjets Able. So, komm, wir machen Panzer auf, oder? Able, da haben wir Aufklärer für dich. Warte, soll ich jetzt Aufklärer? Ach du Scheiße. Zum Thema, wir sind immer die Ersten auf dem Zauber. Ach du Scheiße. Soll ich jetzt Aufklärer? Wir haben auch noch dieses Halbautomatische, da brauche ich Scharfschützenstufe 6. Das habe ich ja falsch. Ja, siehst du. Rolle behalten. Bratouchi. Hier, was er wird? Jo. Hört sich an wie Russisch. Ja, Mann. Das ist aber kein Russisch. Ich reine nicht von dir, Mann. Du darfst keinen Hunger haben. Heute ist schon den ganzen Tag, Alter. Mann, sieht das schön aus hier hinten, Alter. Warum sieht die ganze Map nicht so aus? Hier, wo ich gespawnt bin, Alter. Das sieht wunderschön aus. Ja? Schön zugewachsen. Genau das Ding, ne? Ja, Alter. Sicher. Ja. Ja. Geht gut. Jetzt können wir gleich in den Ge... Kein Schwein hier? Warum? Ach, falsche Seite gelaufen. Das Ding. Alter, wie geil ist das denn? Alter, wie geil ist das denn? Ich dachte, kein Schwein, Alter. Wie geil ist das denn? Meine war Panzer 4 in 2 Minuten. Okay, wir warten auf Panzer 4. Wenn nicht unsere Ari war zu kurz und zu weit rechts. Müssen zurück. Müssen mindestens zu dir. Nichts bestraft. Ich habe ihn bestraft, Alter. Ich habe ihn bestraft, Alter. Ja, du warst genau richtig hinter der toten Kuh. Und... Außenposten steht. Heidichen abgebaut. Super. Boah, hier. Hüftfeuer. Ja, ihr habt gesehen. Ich bin genau hinter dir. Hüftfeuer. Ich bin genau hinter dir, Alter. Unglaublich. Im Nachhinein haben wir uns nicht gesagt, Alter. Verheerend. Artele diese Kräfte. Unglaublich geil nachgestellt. Da sind wirklich... Boah. 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 Alter, du bist wie so ein Aal. Wie bist du denn jetzt schon wieder nach vorne geflutscht, Alter? Ecke? Ja. 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 Jo. Schau zu mir. Schau zu mir, schau zu mir, schau zu mir. Ich muss hier vor. Ich muss hier um die Ecke, Alter. Boah, Alter! Die, die Junkie sind, wenn der Druck nachlässt, versuchen wir uns Frontalangriffen. Wir haben hier auch endlich gern das Video. Der ist so scheiß gar nicht oder so. Ausgefüßt. Nein, Alter! Ja... Werfen konnte ich schon immer gut. Aber beim Basketball war ich schon immer scheiß. Alter! Die Suppression ist super geil. Ich denke, wie ich spiele, ist Wahnsinn.